Dann kann man da was machen. Operieren. Das geht. Wie willst du das machen lassen? Wir haben das jetzt erstmal an den Bonn-Fig geschickt. Wer ist das denn? Das ist wohl ein Spezialist für solche Opus. Und der soll jetzt noch mal drüber gucken, weil es ist keine hundertprozentige Kehlkopflehmung. Er flattert, ob es operiert werden muss. Und durchdrichtet man sowas? Der wird von einem Nerven runtergezogen. Da ist ein Nerv irgendwas von diesem Ding. Ich bin zu dusselig zum Film. Das kriegen hauptsächlich große Pferde, weil dieser Nerv wohl so durch den Hals noch mehr hüft. Ja. 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 Jawoll. Ja. 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 Ja.